So, da bin ich wieder. Und ich denke, so wie das hier aussieht, habe ich die Hütte gefunden, wo ich die VM bekomme. Oder TM, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Ja, und auf dem Weg ist mir hier nochmal ein Sichler vorbeigelaufen, aber ich habe es leider wieder nicht fangen können. Naja, dann gucken wir mal jetzt, was uns hier in dem Hütchen erwartet. Ah, endlich! Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen! VM3 Oh, lass es Stärke sein. Das war, glaube ich, Stärke. Stärke, 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 Stärke. Stärke, 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 Stärke. Surfer! Ist auch gut, ist auch gut. Geil mit Leben, kein mit Leben, kein mit Leben, kein mit Leben. Ding Dong Dong. Okay. Ja, nice. Und noch? Wie haben wir noch? 11, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die Zeit ist um. Ah, jetzt haben wir das Surfer. Ich gucke mir mal gerade hier die Karte an, obwohl wir könnten erstmal wieder... Goldzähne. Ich gucke mal gerade in meinem schlauen Büschlein, vielleicht gibt es die da. Äh... Was haben wir denn für die Gesundheit? Oder können wir die Goldzähne dem... Das könnte natürlich auch sein, dass wir die Goldzähne dem Typen geben können. Und dass der uns dann Stärke gibt. Ich war kurz schon davor, die Dinger zu verkaufen. Aber das kann natürlich sein, dass die Goldzähne dem... Nee, Schnupp heißt der Typ nicht. Wie heißt der? Weiß ich nicht mehr. Dass wir die dem Safari-Fuzzi geben können. Jule, gib Werte. Yay, Goldzähne. Ich wusste es doch. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühe. Das ist Stärke, ne? Ja. Wow. Mir ist gerade so halb mein Controller runtergefallen. Ähm. Oh, nice. 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 Ja. Man gewinnt eine VM, wenn man es findet. Man glüppelt sich bei der VM-Surfer. Ja, ist auch so. So, was ist dann hier drin? Jetzt müssen wir erstmal... Ne, ich muss mir erstmal so ein Mongo-Pokémon holen. Ah. Meine Stärke ist auch... Weiß ich nicht, ob das zieht das was ab. Ich guck mal gerade mit einem schlaumen Büschlein. Äh. Hier steht zwar Licht drin. Hm. Hier steht zwar Stärke... 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 Stärke, ja. NRN. Also ist der Typ normal. 80. 80. Ist das gut? Was haben wir denn... Glut zum Beispiel. Glut hat 40. 20, 60... 70, 100. Blitzkanone. Alles klar. 120. 95. Donnerblitz hat zum Beispiel 95. Ich glaub, das ist doch ziemlich gut. Hm. Finale hat 200. Sehe ich gerade. Ich weiß es nicht. Soll ich das anderen Pokémon beibringen? Wen hab ich denn? Wer könnte denn Stärke überhaupt... Also Dave könnte Stärke... Christoph könnte Stärke... ...und Alex könnte Stärke. Hm. Fuck. Fuck. Ich weiß es nicht. Ich guck mir mal grad... ...die Attacken an, die sie haben. Kratz-Furie könnte ich zum Beispiel... ... beim Rasav wegmachen. Das wäre jetzt hier zum Beispiel was. Äh. Bei ihm könnte ich Kratzer... ...und bei ihm halt Giftstachel... ...aber wie gesagt, das Problem ist halt, dass das nicht mehr... ...verlernt werden kann. Aber wenn Stärke so gut ist... ...ach komm, ich mach einfach beim Dave... ... so. Jetzt ist es eh zu spät. Hehe. So. Dann boxen wir mal hier den Stein weg. Ja, ich hab doch Stärke, du Horst. Sonderbonbon. Na gut. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal ins Pokémon-Markt. In das Pokémon-Markt vor allem. Und... Kann man denn hier durchgehen? Ne. Und da machen wir mal... Da ist der Markt. Äh... Im Markt? Warum will ich in den Markt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, Mann. Ich wollte ins Pokémon-Center. Da wollte ich meine Item-Dings wieder verkleinern. Verkleinern. Ach, ja. Äh... Hier. So, was mach ich mit dem Surfer? Kann Pikachu Surfer erlernen? Das ist jetzt hier die große Frage. Ach. 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 Also wir hätten einmal zu vergeben... Carbon kann ich verkaufen. TM37. Weg damit. TM40. Weg damit. TM32. Weg damit. Und die VM4. Und den Sonderbonbon klatscht mal. Da regt auch noch mehr dabei. So. Ähm. Ich guck mal grad... Wer von uns Surfer lernen kann. Als Surfer ist sowas... Das... Brauche ich irgendwie immer. Das ist... Weiß ich nicht. Das wäre schon cool, wenn das ein Pokémon... Was... Wie gut ist eigentlich Surfer? Können wir grad mal nachgucken. Surfer. 95. Das ist gut. Warum... 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 Kann Pikachu kein Surfer? Weil er hat das ganz genau gesehen, dass Pikachu im Intro surfen konnte. So. Was hast du denn für Attacken? Ich nehm einfach Tackle. So. Ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Das ist mir scheißegal, wenn ihr sagt... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö hier Pokémon und nicht ihr. So, fahren wir jetzt erfahren vor allem. Wir gehen jetzt noch mal ins Poké Center, weil wir verpieseln uns jetzt wieder aus diesem Städtchen. Ich weiß zwar noch nicht wohin, da links oder rechts, das werde ich dann gleich entscheiden, wenn ich mir die Karte angucke. Ähm. Ja. Nee, falsch. Das ist doch direkt zu tun. Ähm. Ja, werde ich dann entscheiden, wenn ich mir welche Karte angucke, und ich ungefähr abschätzen kann, wo die nächste Arena ist. Nee! Schalt, stopp. Äh. Carbon. Ja. Dann. Top-Trank. Top-Genesung. Protein. Die Top-Beleber behalte ich mir mal. Die Vm3 behalte ich mir. So. So, dann gucken wir mal jetzt, wo wir hindüsen. Ähm. Nee. Item. Karte. Okay. Wir sind jetzt in Fuchsania City. Die Zinnoberinsel hätten wir. Seeschauminsel. Und was ist das da oben? Links. Das da. Prismania City, da waren wir schon. Und das heißt, ich schätze mal, dass die letzte Arena auf der Zinnoberinsel ist. Das heißt, wir gehen jetzt nach unten. Jo. Genau. Wir gehen nach unten. Wie, glaube ich, noch? Minütchen hätte ich noch. Das heißt, wir gehen dann... Das war über Wasserweg, glaube ich. Meint ich mich erinnern zu können. Wie war das denn? Ich glaube... Na, ich gehe voll den Umweg gerade, aber es ist mir egal. Oder gehe ich doch den Umweg... Nee, ich bin doch keinen Umweg gegangen. Okay. So. Da sehe ich schon wieder ganz viele Leute, die gegen uns kämpfen wollen. Deswegen machen wir hier nämlich Pause. Also, beziehungsweise Stopp für heute. Obwohl, ich weiß noch nicht. Aber gleich gibt's Essen, deswegen erst mal Stopp hier. Ja, dann hoffe ich, dass euch die heutigen Aufnahmen gefallen haben und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!